Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um die Reaktion mit Sauerstoff. Und zwar möchte ich euch das heute am Beispiel des Kupferbriefes zeigen. Ich habe hier ein Stück Kupfer, ihr seht von beiden Seiten ist es noch ganz glänzend, ganz klar. Und dieses werde ich nun zusammenfalten zu einem Kupferbrief und ganz eng zusammenpressen. Hier seht ihr jetzt den Kupferbrief. Den habe ich ganz eng verschlossen mit einer Zange, damit innen rein keine Luft mehr kommt. Das heißt, ich erhitze das Ganze jetzt und dann gucken wir mal, was mit dem Kupfer passiert, wenn das oxidiert. Das heißt, wenn es eine Reaktion mit dem Sauerstoff aus der Luft eingeht. Ich werde den Kupferbrief nun in die Flamme halten, solange bis er komplett reagiert hat und komplett aus Kupferoxid besteht. Die grüne Flamme ist ganz typisch. Das zeigt immer die Reaktion von Kupfer mit Sauerstoff an. Das heißt, diese grüne Flamme, die wir hier sehen, das haben wir immer, wenn wir eine Reaktion mit Kupfer in einer Flamme haben, also erhitzen. Ihr seht schon, jetzt ist die Flamme nicht mehr grün. Das heißt, ich habe hier ein gutes Zeichen dafür, dass alles Kupfer reagiert hat. Nun lasse ich meinen Kupfer kurz abkühlen und dann werde ich es öffnen. Das Kupferblech ist nun abgekühlt. Wir sehen hier schön diese schwarze Schicht. Das ist das Kupferoxid. Das ist kein Ruß. Ruß könnte ich einfach mit den Fingern wegwischen. Das kann ich hier bei dem Kupferoxid nicht, denn es ist hier ein neuer Stoff entstanden. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier auch zusätzlich mit der rauschenden Flamme gearbeitet. Auch da entsteht kein Ruß. Das merkt ihr, wenn ihr ein Reagenzglas reinhaltet in die rauschende Flamme, dann entsteht da kein schwarzer Ruß drauf. Wenn ich das aber in eine leuchtende Flamme reinhalte, dann entsteht da Ruß. Das heißt, wenn genug Sauerstoff dabei ist, habe ich auch kein Ruß, kein Verbrennungsprodukt mehr. Also, das hier ist Kupferoxid. Wir sehen schon, hier wo umgeschlagen wurde und festgedrückt, da war die Verfärbung etwas weniger. Hier kam schon weniger Sauerstoff dran, denn das Kupferoxid ist eine Reaktion von Kupfer und Sauerstoff. Auf der Innenseite können wir jetzt schön sehen, hier ist kein Sauerstoff dran gekommen oder nur minimal. Kupfer leitet die Wärme sehr, sehr gut. Das heißt, trotz, dass hier drin auch heiß und warm wurde, hat sich das Kupfer nicht verfärbt. Es wurde kein Kupferoxid, denn hier hat keine chemische Reaktion stattgefunden. Der Partner Sauerstoff hat gefehlt und deswegen konnte das Kupfer hier nicht reagieren. Das bedeutet, hier sehen wir eigentlich ganz schön, was passiert. Eine Reaktion mit Sauerstoff, dann entsteht Kupferoxid. Wenn kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, kann ich das Kupfer erwärmen, aber es entsteht kein Kupferoxid, denn der Reaktionspartner fehlt. Das nochmal zur Reaktion mit Sauerstoff, um nochmal den Nachweis zu zeigen, dass die Reaktion wirklich mit Sauerstoff stattfindet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.